Mit viel nackter Haut für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community. Heidi Klum veröffentlicht ein Video auf Instagram, auf dem sie nur knapp bekleidet tanzt. Der Grund dafür ist der Pride-Monat. In den USA finden vier Wochen lang Paraden, Aktionen und Aufklärungsarbeiten statt. In dieser Zeit setzen sich auch viele Stars für die LGBTQ-Plus-Szene ein und kämpfen gegen die Diskriminierung und den Hass. Sie zeigen sich in Regenbogenflaggen gehüllt oder mit bunten Emojis, doch Heidi Klum lässt ihren Körper für sich sprechen. Das Video, das sie auf ihrem Instagram-Account teilt, zeigt sie in Bikini und voll bemalt mit buntem Bodypainting. Tanzend schwingt sie die Hüften in ihrem Garten. Dazu schreibt sie, Happy Pride! Ich feiere und unterstütze heute alle Mitglieder der LGBTQ-Plus-Gemeinde. So wie jeden Tag. Danke, dass ihr aufklärt, inspiriert und kontinuierlich für eine tolerante und gerechte Welt kämpft. Für ihren solidarischen Körpereinsatz wird das Model gefeiert und bekommt von allen Seiten viel Zustimmung. Danke, Heidi, für dein unterstützendes Statement. Und danke für diesen wundervollen Einsatz für Toleranz und Freiheit, sind nur einige der zustimmenden Kommentare. Wir finden, Heidi sieht einfach hot aus mit Bikini und Körperfarbe und setzt mit ihrem Video eine klare Botschaft gegen Hass und Diskriminierung.